Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Centauri mit dem Kabin und ja, wir haben heute ein paar Sachen vor, denn wir werden uns eine zweite Etage bauen. Das sieht nämlich gerade nicht so berauschen aus, aber ja, ich habe letztes Mal übersehen, dass wir, wir haben noch, da, diese Plattform bekommen. Das sind quasi die Treppen, die ich jetzt übersehen habe, ich wies ja nicht, wie das passieren konnte. Na ja, gut, dann machen wir das jetzt, aber ich bräuchte eigentlich hoch noch ein paar Blöcke für den Hintergrund. Ich habe noch so viele Zeug, ja, wir haben noch ein, zwei Sachen zu tun. Warte mal, ich mache das zu, ich mache das doch zu und dann später werden wir das austauschen mit Glas, dann können wir das wenigstens vernünftig machen. So, gut, dass ich den Kristall jetzt hier drin habe, das ist natürlich nicht so schön und mit dem Boden, das gefällt mir auch nicht. Also, äh, ach, wisst ihr was, wir machen erst mal den Boden und dann, äh, ich wollte eigentlich den Boden machen. Gut, machen wir das so. Sag mal, wenn ich das jetzt da unter wegreiße, gut, das hält, drei Wettertaft. Dann haben wir, äh, äh, die Hälfte Laminat und die andere Hälfte Stein, äh, hier, Steinmeitig. So, das sieht doch eigentlich ein bisschen besser aus als vorher. Wenn ich das so komplett mache. So. Na, komm. Das denn noch. Ich staune, dass das alte Schuhe hält. Aber da kann ich das nicht abbauen. Warte mal, wenn ich jetzt eben tiefer hier und... Eben tiefer. Ne, ich kann das nicht abbauen. Gut. Weil da steht die Kiste drauf. Okay. Dann eben halt nicht. Dann müssen wir die Pfeil dazu machen. Das geht so nicht. Gut, das ist natürlich... Besser, ich setze draußen nochmal um. Na, darauf habe ich ja jetzt erst mal Lust. Also, wir können jetzt hier zwei so eine... Weil ich bin ein bisschen, äh... Einer reicht nicht. Ich brauche zwei. So. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Wer hätte es gedacht? Ich. Eigentlich normal. So, warte mal. Ich brauche hier noch einen Durchgang. Geht mal her. Das geht so nicht. Das sieht ja aus und verzuckt der Ofen hier oben. Das muss alles, äh... Akkurat. Zeig nur, akkurat. Mehr oder weniger. Hier. So. Äh... Geh mal weg. Gut. Also, ich würde mal sagen, äh... Schmelzofen und Forge, die bauen wir hier draußen hin. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das passt auch besser. Ich habe da nämlich nur ein, zwei Sachen vor. Und zwar... Wir können nämlich hier auch, äh... Wie gesagt, Tiere domestizieren. Und, äh... Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen. Also, äh... Vielleicht ist ja schon mal nicht schlecht, was da. Und, äh... Ich habe da meine Kit und so, äh... Wir kriegen denn auch Eier. Toll, wa? Ich glaube, das können wir erst mal machen. So, jetzt haben wir erst mal eine zweite Etage. Wie gesagt, da kommt halt noch Glas und so rein. Aber erst mal müssen wir uns damit begnügen. Äh... Was ich hier habe. Weil ich habe auch noch nicht gefunden. Äh... Sandtechnisch mäßig. Ich würde da sprechen, äh... Dass das, äh... Wüstentechnisch mäßig ist. Aber wir haben noch keine Wüste und so. Und eigentlich, wir möchten noch ein bisschen suchen. Ach, das ist ein bisschen... Gut, warte mal. Das muss da noch. Das kann eben nicht hier rüber laufen und fallen hier runter. Haha. Es funktioniert. So, jetzt brauche ich hier nochmal so... So einen... Stehblock. Da drauf stehe ich ja. Und runter. So, zweite Etage fertig. Ist das eh krass? Ich sag nur produktiv. So, äh, komm ich jetzt runter und, äh... Leertaste. Ja, funktioniert. Klapper, klapper, klapper. Äh, Licht wäre auch nicht schlecht. Ist ja ein schönes Dusch da. Ich mach mal hier ein Licht an. So, hab ich. Also... Nochmal drehen. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich wusste... Ich wusste... Gut. Also... Boink, 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 boink. Äh, ich brauch den Tisch. Wo hab ich den Tisch? Da ist der Tisch. So. Du kommst da hin. Ich brauche noch ein paar Blöcke. Da. Wie viele mach ich denn? 20? Achso, ich kann ja keine Zahlen einnehmen. Äh, das ist ein bisschen blöd, äh, dass ich das hier so einzeln und, äh... Aber, was willst du machen? Ach komm, hier, was soll der jetzt? So. Flupp. Ach, ich muss den verlaufen stellen. So. Gut. Weiter geht's. In der Mitte ist das noch ganz schön dusch, da, wa? Ich glaube, da mach ich mal noch... Oben und unten noch ein, zwei Fackeln hin. Ich wollte gerade sagen, ich hab gerade 160 Stück gemacht. Nun hör mal auf. Das hört sich an wie ein Lied aus, sagt's ja. So, ein in der Mitte passt. Äh, wie ihr sagt, also ist doch nicht so optimal, dass ich hier jetzt hier, äh, den Kristall umrahmt hab. Das ist natürlich mir später erst so, äh, in den Sinn gekommen. So, äh, aber, gut. Kannst du erst mal was machen. Also, ich kann was mehr machen. Also, du musst dich das abbrechen und nochmal neu bauen. Oh, nee. So. Äh. Wir wären noch ein bisschen höher. Aber nicht jetzt. Ich werde jetzt mal hier, äh, alles will auf dem Dach. Also, anbaustechnisch mäßig. Und so rüsten wir Stück für Stück, bis wir ein Hochhaus haben. Uff. Ich glaube, das ist ja nicht mal so schlecht. Na, komm. Oh, äh, da. Dass du wirklich mal hier eh ein Stück dazwischen lassen musstest, ist schwierig. Warum ist denn der kleiner als die anderen? Und so. Ein Bücherregal. Dann haben wir Kisten. Hab ich ja letztes Mal mitgenommen. Ein Tisch. Ha. Et wird. So, warte mal. Ein Bücherregal da hinten in der Ecke. Da ist das doch ja nicht so schlecht. Dann kann ich hier so den Tisch. Ja. Da kommen die Kisten hin. Kann ich die hier irgendwie oben? Nee. Wenn ich aber... Nee, das mach ich später. Ich wollte jetzt gerade nochmal so eine Zwischenwand ziehen. Habe ich mich gerade eben dagegen entschlossen. Oh, ja. So, sag mal. Kann ich die... So. Äh. Oh, das ist blöd. Ich kann mich nicht hinsetzen. Ist bloß Deko. Ich hab noch nicht meine Sitzanimation. Hm. Gut. Okay. It is so it is. Gut, jetzt hab ich das. Jetzt hab ich das. So. Ich brauche, äh... So, mal. Ist der Meister jetzt fertig? So, ist er nicht fertig? Ich kann das immer noch nicht einschätzen. Landwirtschaft 2. Bau ein Futtertropel. Und Weizen. Gut. Äh. Akzeptiere ich erst mal. Gut, also, ich kann die quasi, wenn sie nicht spuren, erst mal in unsere Richtung schicken. Das werden wir auch tun. So, also, äh... Ich brauche einen Futtertrog. Das wahrscheinlich haben wir jetzt kein Holzmeer, wa? Doch, da ist... Da ist der Futtertrog. Und für die Kühe hast du auch. Äh, gut. So, und das platziere ich jetzt einfach so hier, oder wat? Kann ich das hier hinstellen? Das ist aber auch krass, dass hier nicht ein Einzelton rumfliegen tut, wa? Das ist sehr merkwürdig. So, hab ich denn irgendwie, äh, Weizen oder Mais? Sieht nicht danach aus, wa? Also, ich würde jetzt erst mal provisorisch Nein sagen. Nö. Sag mal, wie ist denn bitte jetzt? Kann ich jetzt hier so... Ich probiere das einfach. Entweder ist es fertig oder nicht. Ich hab drei Mais und, äh, Mais-Samen gekriegt. Ritt ist fertig. Ich ernte. Sag mal. Ich hab ja... So, mach ich den Boden nicht. Äh, fahr kaputt. Falls ich daneben kloppe. Was durchaus möglich ist. So, warte mal. Ich mach mal den Boden da hoch. Äh... Hallo. Eine Rübe-Samen. Also, die Rübe war noch nicht fertig. Ist ja... Rübe-Zahl. So. Neue Mais-Samen. Boah, Alter, krass. So. Ist gut, dass ich, äh, letztes Mal alle Hühner fast, äh, verscheucht hab. Wie Mäuche und so. Ist aber alle kein Problem. Warte mal. Ich mach mal hier die Tür zu. Alle Bete zu machen. Obwohl... Blöde Tun. Ich will doch dich bloß domestizieren. So. Hast du schon? So. Ich soll da was drin schmeißen. Sonst kann ich die nicht domestizieren. Das geht sonst nicht. Da muss Mais rin. Kann ich das irgendwie teilen? Ah, ja. Das geht. Oh, das geht so herzimut. Also, Festhalt-Taste und, äh, Richtung-Aus-Taste. Das ist ja auch nicht mal so schlecht. So, jetzt muss ich die... ...da hin kriegeln. Schnell rennen. Hab ich ja gelernt. Andere Richtung. Andere Richtung. So, ich glaube, das reicht. So, und ich soll die einfach bloß hier hin scheuchen. Ja, das rennt nicht mehr weg. Es hat funktioniert, aber die rennen weg. Alter. Naja. Wie heißt das mit Tauben auf dem Dach? Aber das sind Hühner. Naja. Ich hab jetzt drei Hühner. Ha! Krass. Ich hab grad einen Kristall. Oh, wie ist ja mal, wo ist denn der hin? Na, das ist ja toll. Jetzt kriegt hier irgendwas und, äh, das ist gleich weg. Jo, ich hab's bloß so, äh, ich hab gedacht, so Inventar und, wiii, wegwart. Hahaha. Etwa ein großer Kristall. War der, nee, der war das nicht. Jo, ich würd erst mal sagen, der Kristall, der ist erst mal Schüssikowski. Der ist, äh, gen Hümmel. Hahaha. Hahaha. So. So. Äh, äh, nun gut. Er kommt hier nicht weg. Warte mal. Oder kann ich die nicht, weil die blubbern? Warte mal, Piepmetzer. Ich kann das auch anders. Haha. Ach. Jetzt sind sie nämlich da drüben. Habe ich die jetzt domestiziert? Nö. Die wollen nicht. Ach, wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. So. Ist mir egal. Total egal. So, Alchemie. Bauer ein Chemie-Tisch. Yo. Äh, Blum. Äh, kein Blum. Äh. Ja, das habe ich nämlich gesehen. Äh, wie gesagt, und dazu brauchst du nämlich Glas. Ups, also, äh, für die Flaschen. Ich habe mich nämlich informiert. Und, äh, dazu brauchst du Sand. Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es hier irgendwo Wüste gibt und da kannst du Sand abbauen oder so was in der Art. Andere ist, äh, ja, da, seht ihr, ich brauche da diese Ampullen. Und dann kann ich diese Tränke machen. Das heißt, wir müssen in irgendeine Richtung, links oder rechts, äh, um zu gucken. Also, äh, Chemie-Täbel. Dazu brauche ich, äh, ich gucke mal, da bist du. Stahl-Bahn-Bahren. Stahl-Bahren. Sag mal, habe ich überhaupt hier noch, dass ich Stahl herstellen kann? Ich weiß das ja nicht. Ich mach mal einfach so. Also, so kann ich das schon mal nicht herstellen. Aber ich müsste doch eigentlich theoretisch... Ich wusste das. Hehe, einen hab ich. Da kann ich's weh herstellen. Vier. Was hat das Ding gekostet? Alter, ich gucke mal in die Dächtnis, Alter. Schimier-Täbel. Ist doch alles, ja, kein Problem. Ha. So. Stelle eine kleine Heilungs... Ja, wie soll ich denn das machen? Ich kann doch... Ich hab doch kein... Ach, Mann. Ich hab doch... Ich hab doch kein Glas. Aber da ist das mal schön. Da, guckst du. Ich brauche für alles... diese Flaschen. Und diese Flaschen... stelle ich mit Glas... hierher. Irgendwo. Hier kannst du bloß Bahnen herstellen. Hier stellst du... Dinge, jetzt ein Runde Sachen her. Und irgendwo hier Glas. Da. Und dazu brauchst du Sand. Und, äh, hab ich nicht. Hab ich nicht. Das heißt, wir müssen unterwegs. So, äh... Ich würde sagen, wir gehen erstmal links... Rechts, links... Oh, Alter, wo soll ich denn lagen? Kein... Oh, sagst du mal. Hab das hier irgendwie, äh... Gehen Sie bitte... Nee, hier ist bloß, äh, Erklärung ditte... Und aber nicht, wo ich Sand finde. Ich geh mal hier lang. Vielleicht hab ich ja Glück. Aber wahrscheinlich werd ich genau... in der gegensätzten Richtung geholfen. Sprich, äh... Wüste... Nicht, aber... Schnee... Wüste vielleicht. Oh ja. Was soll's? So, warte mal. So, komm. Ich hab ein kleines Geschenk für euch. Fleisch... Ja, was soll ich machen? Ich muss ja auch von irgendwas leben. Da, seht da, Fleisch. Hä, wo kommt denn der her? Den hab ich ja nicht gesehen. Ich bin der Meuschler. Alter, das ist ein Meuschler, der macht Blitze. Hallo, ich dreh mich doch... Alter, manchmal haut es ja nicht hin. Ich dreh mich und, äh... Er aber, nö. Wie ist ja nicht, äh... Alter, der ist mir auf den Kopf gesprungen. Wat für ein Penner. Hier ist schon, weil alle zugewuchert. Ich mach mal hier den, äh... Gärtner. Genau, so muss es sein. Alle eh ne Größe geschnitten. Flup. Ich... Nee. Nee, ich kann damit nicht in Luft schießen. Hallo. Kommst du runter? Ich renn dir jetzt nicht hinterher. Tu ich doch. Äh, da wird es sendet. Au, ey. Au, you, dear. Ich hab ein Rubin gekriegt. Ah, gib mal die Spawn auch gleich wieder. Stittisch. Nisch, Gott. So, sag mal, äh... Zaubertränke. Da ist Lebens... Energie. Energie. Lebensenergie. Ich hab ein bisschen wat verloren. Und ich weiß nicht, wat mich da erwartet. Da ist schon mal Blob. Ey, Blobby. Lass uns ne Runde blobben. Fläsch. Ich hab mir mal Larafei mitnehmen sollen. Äh, ja, 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 ja. Komm her. Ich hab schon Willa, den fällt schon raus. Die sind ja nie so schwer. Da ist noch ein Blobby. So. Seht zu, wie er da rauskommt. Oh, oh. Ihr Penner. Ihr wolltet wissen, wa? Ich bin, äh... Der Mann mit dem Schwert. Und ein paar Lebenspunkte. Alter, wir haben 1200 Punkte. Gut, äh... Etesia... Äh... Skills oder... 400. Halt mal. Ich will erst mal... Ey, bleib bloß weg. Ich glaub, das sollte ich zu Hause machen. Mhm. So. Doppelsprung. Haha. Das ist genau das, wat ich brauche. Nisch können sie... Aber ich wies ja nicht, ob das so jut ist im Dunkeln. Ach, jetzt hab ich die ganzen Punkte verbraucht. Das war natürlich clever. Komm her, du schwarzer Blob. Ich will dich blobben. In meiner Freundin's Liste. Ach, die kann auch flitze Dinge jetzt machen? Der hält aber mehr aus. Ich hab doch auch mehr Punkte. So, warte mal. Ich kann jetzt hier... Ich hab grad ein Schwert gekriegt. Ich hab da... Da ist wat... Ich hab da wat gesehen. Äh... 25? 25. Ist genau das selbe. Ist aber egal. Ich hab nämlich wat an... Ich hab jetzt Bomben. Und ein Holzschwert. Aber ich hab doch eben noch ein Schwert gesehen. Es sah aus wie ein Schwert. Da. Schnittschaden 2. Todesdamage 2 bis 3. Oder wenn ich mir... 2 plus Bonus 1. Äh... Ne, meins ist besser. B schon. So, warte mal. Ich muss das... Äh... Energy? Sag mal. Ich hab doch gesagt hier wegen Sporn und so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich mach das trotzdem. Hallo. Da ist ein Riesen-Blob. Geh. Alter, und 2 Kleine. Der wollte beißen. Nicht schon wieder. Ich hab den weggemacht. Ich bin ein Killer. Ja, ein Tintenkiller bist du. Plops, plops. Da ist ein blauer... Saphir. Also, man kann... Also, man kann... Okay, ich konnte da eben nichts setzen. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist so. Hoffentlich find ich hier bald mal. Das ist schon ganz schön weit weg von zu Hause. Muss ich ja mal sagen. So weit weit ich ja nicht weg. Ich hab Heimweh. Und ich bin zu dick. Ich komm hier nicht durch. Da! Und da ist 300. Da ist ne super-duper-Kiste. Und das sieht doch aus wie... Sand. Ich hab eh mal Sand gekriegt. Oh. Oh. Ja, ich seh auch was wie so und so. Muss ich hier hin? Ich warte mal. Also, der hält schon, äh, ein bisschen... Oh, Alter. Der hält ein bisschen mehr aus. Ich bin ein kleiner Feigling. Ich werd jetzt mir hier rin buddeln. Und den Sand unterirdisch erstmal abbauen. Ich will erst hier hin, wenn ich die super-duper-Rüstung hab. So, wenn ich das jetzt hier so abbaue. Ja, vor allen Dingen, ich hab da so einen Wurm gesehen. Ich geh's nicht, ob das so gut ist. Ehrlich gesagt. Oh ja. Ich klau euch das alles. Das ist Eisen. Alter, ich hab aber noch volle Lebensenergie. Alle, Dude. Noch. Pass auf, jetzt kommt der Wurm gleich an. Und ich bin tot. So, äh, ich weiß ja nicht, wie viel brauche ich denn? Alter, das ist ein Riesen-Blob. Ich bin nicht hier. Blob. Blob mal woanders rum. Ach, übrigens, ich hab auch rausgefunden, äh... Also, abspeichern und deine Pause machen, ist keine Option. Also, du wirst immer wieder zum Anfang zurück teleportiert. So, da ist halt grün und irgendwie gewesen. Da war ein Wurm! Ich kack mir in die Schlüpper. Der hat uns vergiftet. Alter, der hat uns vergiftet. Ich glaube, das ist jetzt erstmal Zeit, äh... Ich muss nach Hause. Ist schon spät. Wenn wir haben wollten, haben wir ja. Ups, verdammt, ich da. Na, ein bisschen, äh, Sternstaub. Ich irre mich nicht, es war ein Licht. Endwürgenlicht. Na gut, dass ich da an der Facke hier sitzt hab. Ja, ja. Alter, ich hab's, äh... Wir können Zaubertränke. Ey, du Kotzer. Kotzen anderen dann. Sag mal, wie viel hab ich denn? 100 Norbert. Ach so, die Kiste hab ich immer. Aber in der Wüste, die Steinkiste, äh... Die gönnen wir uns. Aber später mal. Aber 100%ig. Alter, ich brauch ne bessere Rüstung. Nicht schon wieder. Das kannst... Sag mal, ist das nicht einfach, wenn ich da durch... Ich sag mal... Dann bauen wir uns hier, äh... Mal einen ganz fixen Tunnel. Ich geh' noch nicht viel. Mal hier hoch und runter, hoch, runter, hoch, runter. Und der wird schneller als der BR... Äh, hier, Berlin. Flughafen. Mhm. Und ich krieg' so noch ein bisschen Kohle. Wettet ihr dich doch, hat's fass? Seht ihr, so macht man dit. So, nehmen wir gleich mal den Kupfer hier mit. Da ist ein Zombie. Der kann hier... Was ist denn das für ein Penner? Das ist Schieten. Wart mal, was du kannst, kann ich auch, Junge. Wart ab. Äh, so rum. Komm mal mit klar, Junge. Der war schon ein bisschen, äh... Der hatte schon was drauf. Zahnbelach. Oh, Alter, die sind... Alter. Ich muss weg. Das sind ja ein schönen Füller. Ich hab gedacht, hier so, äh... Weil Licht und so... Obwohl, da hinten war Dusch da. Du musst wirklich die Wehe, äh... Machen. Also, ich geh mal davon aus, dass da rein liegen. Aber hier ist auch... Hier hat man hier noch Licht drin. Wo ich ja... Seine Ordnung kam hier. Ist ja... Gib mal, da wächst gleich eine Blume. So. Also, ich hoffe, das hilft. Wir werden's sehen. Alter, ich bin schon wieder bei 30 Minuten. Nö. Juhu, das ist schön. Das macht Spaß. Juhu, Leute. Äh, ich werd mal schnell nach Hause. Und wir sehen uns ja quasi morgen, will er. Wenn wir uns ein paar Flaschen hier, äh... Zaubertrankmäßig machen. Ich muss erstmal gegenwartig für Blumen dafür brauchen. Und wir müssen erstmal gegenwartig diese Flaschen herstellen. Also, wir haben morgen vieles vor. Also, bis dennne. Tschüss. Juhu. 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 Juhu.